Was will denn die Dame hier? Hohoho! Servus! Meine Güte, hallo mein Hübscher! Hättest du wohl einen Moment Zeit für eine einsame Frau? Hm, wie kann ich dir helfen? Ich würde dich gerne etwas fragen, wenn es dir recht ist. Was gibt's? Oh, also hörst du mir zu. Denn es gibt etwas, das ich unbedingt brauche. Ich kann nicht einfach länger ohne auskommen. Weißt du, was das sein könnte? Bin mir nicht sicher. Ach, du bist ein Schlinge. Die Sache, nach der ich mich verzehre, ist eine pralle, saftige Gurke.